Also viele argentinische Analysten, Soziologen wie Politikwissenschaftler sprechen sozusagen im Blick auf die letzten zehn Jahre von einem Empate Hegemonico. Das heißt, das könnte man im Deutschen mit, jetzt trifft es jetzt nicht ganz genau, aber schon, man könnte es fast wortwörtlich mit hegemonisches Pat übersetzen. Und das zielt darauf ab, dass wir in Argentinien zwei Kapitalfraktionen haben. Die eine, das ist eher die Industriefraktion, die ist eher pro, mit Zollen geschützte Schützräume, Importsubstitution und die stehen eher, wenn man so will, dem Peronisten nahe. Daneben gibt es den Landwirtschaftssektor, der ist natürlich fast ausschließlich exportorientiert, also Soja, Fleisch. Die sind natürlich für so wenig wie möglich Zölle, so viel wie möglich Freihandelsabkommen und die stehen eher, wenn du willst, der Macri oder den neoliberalen Vertretern nahe. Und diese beiden Fraktionen sozusagen in diesem ökonomisch-politischen Gemenge, und darauf zielt dieser Ausdruck Empate Hegemonico ab, waren jeweils stark genug, die Projekte des anderen zu verhindern, aber konnten nie die Kraft entwickeln, ihre eigenen Projekte umzusetzen. Und dadurch führte das halt im Verlauf der letzten zehn Jahre zu nochmal einer stärkeren Stagnation als früher und in den Augen sozusagen Großteil der Argentinier, also Großteil jetzt, alles ist relativ, aber hat das auf jeden Fall dieses, also ich teile sozusagen diese Einschätzung dieses hegemonischen Paz, dazu geführt, dass sowohl die Peronisten, auch als Vertreter, wenn du so willst, des Industriesektors, als auch dann die Neoliberalen als Vertreter, ist ein bisschen einfach runtergebrochen, aber zum großen Teil findet sich das tatsächlich so wieder. Der, wenn du so willst, der Agrarlobby, haben sich damit sozusagen vor den Augen der Argentinier, ja, selbst disserviert oder sind dann ausgeschieden als mögliche Lösungsbringer. Und dann kam halt innerhalb von kürzester Zeit so ein Typ wie Millet runter, der auch auf beide gezeigt hat und gesagt hat, das ist die alte Kaste, die kriegt nichts mehr hin, wählt mich und ich bringe euch Freiheit und Wohlstand. Ja, in dieser Analyse des historischen Paz, da ist ja noch ein dritter Akteur mit drin, der IWF, der hat doch auch eine wichtige Rolle in den letzten zehn Jahren gespielt, vor allem, weil sich die Peronisten jetzt in ihrer letzten Amtszeit mit dem IWF geeinigt hatten und damit in ihrer Politik auch nochmal viel mehr eingeschränkt wurden, als sie es ohnehin schon gewesen wären. Ne, ist ein valider Punkt, aber ich glaube, dieser, also weil wir sprechen jetzt so ein bisschen davon, wie Millet an die Macht gekommen ist, ne, also du hast natürlich recht, aber in der Wahrnehmung, soweit ich das zumindest mitbekommen habe und auch was du gelesen habe, fällt der IWF sozusagen als böser Akteur, ist er nicht so präsent, also das wissen die Argentinier, aber das macht ja keinen Unterschied in der Wahlentscheidung, ne, also sozusagen Peronisten und, wenn du willst, die Makristen, die haben sich halt, ja, also ich kann es nur wiederholen, dann sozusagen in den Augen der meisten hat, ist klar, beide Ansätze funktionieren nicht, also muss was Neues her. Ja, ich meine nur, warum die Peronisten keine eigenständige Wirtschaftspolitik mehr machen konnten, denn Makri hat die Schuldenargentin jetzt beim IWF ja wirklich auf historische Höhen getrieben, über 50 Milliarden US-Dollar. Also Makri hat diese Schulden auch zu einem Guteil dafür verwandt, an den Devisenmärkten zu intervenieren und den nicht haltbaren Peso-Kurs da zu stabilisieren, was natürlich nicht geklappt hat, also Schulden aufzunehmen, um die eigene Währung dann an die Finanzmärkte aufzukaufen, also Schulden in der Währung aufzunehmen, die du nicht drucken kannst und dann eine Währung zu kaufen, die du in beliebiger Menge drucken kannst, also da leuchtet, glaube ich, jedem ein, dass das das Gegenteil von vernünftiger Wirtschaftspolitik ist und ich glaube, diese politische Entscheidung von Makri, die ist dafür verantwortlich, dass Argentinien heute noch unsouveräner ist, als es in den 2000er Jahren war. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Naja, aber kommen wir mal zum Millet. Okay, also wie sah erst mal sein grundsätzliches politisches Programm aus? Er selbst bezeichnet sich ja als Libertär. Ja, und ich meine, er wird ja jetzt auch nicht völlig grundlos von den ganzen Libertären oder Pseudo-Libertären hier, also wenn man sich alleine in Deutschland anguckt, irgendwie Posch als Weltchefredakteur, bejubelt ihn ja, glaube ich, jeden zweiten Tag auf Twitter oder hat das zumindest gemacht oder auch dann Teile der Werteunion, wo er denkt, ohne wirklich, wage ich mir zu sagen, Argentinien und die soziale Realität zu kennen, wird da irgendwie so eine Type beklatscht. Aber er bringt halt sozusagen diese Punkte, die dann angeblich den Libertären so wichtig sind, ja schon irgendwie dieses, von wegen, ein bisschen dieser Ansatz, Nachtwächterstaat und je weniger Staat, umso besser geht es uns allen. Und das war ja schon dieses bei ihm, das hat es ja, glaube ich, auch schon fast angesprochen, dann Zusammenstreichung sozusagen aller Ministerien, nur auf so Kernministerien, Dollarisierung, dass alle, alle Formen von Subventionen ist ganz böse, kommt auch weg. Und das war halt schon so ein bisschen so von wegen, dieser interventionistische Staat, der euch alle beklaut, der muss auf ein Minimum reduziert werden, vielleicht maximal noch Außenpolitik und so ein paar Kernfelder und den Rest löst dann halt die unsichtbare Hand des Marktes. Ja, und dieses Programm, also man kann schon sagen, in guten Teilen hat Milley hier Wort gehalten. Also nach der Wahl hat er zwar keine Dollarisierung angekündigt, den Peso aber um mehr als die Hälfte abgewertet. Also die Strategie dahinter, die besteht, so interpretiere ich das jetzt, wahrscheinlich darin, dass man die Exportindustrie durch eine schwache Währung fördern will und dadurch einen Exportboom erzeugen will. Aber ergänzt wird das Ganze dann durch eine Verkleinerung des Staatshaushaltes und noch mehr Unterstreichung von Subventionen. Also letztlich eine Senkung der Realeinkommen der inländischen Arbeiter, um quasi die Importe zu reduzieren und um einen Exportboom zu erreichen. Ja, das ist an sich sozusagen sein Plan und der hat in gewisser Weise natürlich auch funktioniert, aber mit natürlich massivsten sozialen Auswirkungen, die man selbst jetzt schon sehen kann. Also die Kaufkraft ist auf dem niedrigsten Level seit, glaube ich, drei Jahrzehnten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. habe und allein dieses, er hat zum Beispiel auch die Gesamt, fast alle Budgetlinien einfrieren lassen auf dem Niveau des letzten Jahres. Das muss man sich vorstellen, zum Beispiel der gesamte Bildungssektor, da ist das Budget eingefroren worden, Stand 2023. Jetzt muss man aber wissen, dass zum Beispiel von November 2022 bis November 2023 war die Inflation durchschnittlich, lag sie bei 140 Prozent. Und alleine von Dezember bis Januar diesen Jahres ist sie um 50 Prozent gestiegen. Das heißt, man hat ein Budget festgefroren bei einer Inflationsentwicklung von jetzt akkumuliert über 200 Prozent. Also die Auswirkungen kann sich ja jeder irgendwie, kann sich das ja selbst vor Augen führen. Und dann, wir können das gerne nochmal generell, aber die Auswirkungen sozusagen, das höre ich ja auch sozusagen auch irgendwie aus Argentinien selbst, die sind bereits jetzt nach nur wenigen Monaten Amtsantritt wirklich dramatisch. Also nur ein kleines Beispiel, aber was er auch sofort gestrichen hat, sind alle Finanzierungen für die Schulspeisung. Jetzt muss man ja wissen, dass viele argentinische Kinder, selbst sozusagen so einer unteren Mittelschicht, deren einziges festes Essen war diese Schulmahlzeit. Und die ist jetzt komplett weggefallen. Ich hatte irgendwie mit einer Schwägerin gesprochen und die meint, und die kommt eher, das nennt sich der Hauptstadt Casco Urbano, also noch wirklich innerhalb des urbanen Raums. Das sind keine Armviertel, bei weitem nicht. Aber sie meint, die Hälfte ihrer Kinder hat seit einem Monat, kommen die in die Schule und sagen, wir haben Hunger. Und sonst gab es halt immer Schulspeisung und die ist weggefallen. Also es ist zwar nur ein kleiner Teil, aber ich finde, das symbolisiert auch mit welcher enormen sozialen Ignoranz, nicht Ignoranz ist das ja gar nicht, er macht das ja bewusst, aber vorgegangen wird. Und dann hast du hier halt irgendwie die Posch und Krallz, die das irgendwie beklatschen, ohne zu wissen, wie das vor Ort wirklich sich da oder darlegt. Ja, genau.